Eine Einheit wird angegriffen. Ein Sonder wird angegriffen. Oh, der Gegner kommt mit Flugzeugen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Er weiß ja genau, was wir hier brauchen. Oh ja. Oh, wir haben da einen. Und da sind auch noch welche drin. Eigentlich hätten wir gar keine bauen müssen. Okay. Versuchen da mal irgendwie dran vorbei zu fliegen. Ja, das weiß ich doch. Aber direkt noch ein Kraftwerk. Wo habe ich jetzt eine Einheit verloren? Juhu. Das ist cool. Weil die sind schwarzmechtig. Teuer, die zu bauen. Da sind wir. Allzeit bereit. Panzerfabrik. Zack, zack. Und... Miragepanzer... ... sind im Bau. Luftabwehr haben wir hier stehen. Das will noch mehr. Was darf es sein? Ja, die Türme sammeln sich da nämlich hier. Wir schießen dann gebündelt auf die Gegner. Diese Türme brauchen richtig viel Strom, habe ich das Gefühl. Allzeit bereit. Vinyl, falls Sie mich brauchen. Wer wollte einen Mirage? Gut, dass wir so viel Geld reinkriegen. Das ist ganz schön teuer und wird hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Strom. Ja, das sind doch schon mal ein paar. Wer wollte einen Mirage? Ich denke, damit kann man schon fast was anfangen. Erwartet, Befehle. Wir schießen erstmal nur auf das erste Flugzeug und die anderen kommen durch. Ah, die Bomben sind immerhin gefallen. Hallo, hallo! Hey, das habe ich doch hier übernommen. Was soll das denn? Feindliches Gebäude erobert. Die Waffensysteme von Washington sind jetzt online. Bonus-Ziel erhalten. Bonus-Ziel erreicht. Unzureichender Mensch. Ich habe doch alles erobert. Alles, was man erobern kann. Naja, dann... Luftunterstützung. Die nehmen wir doch. Irgendwie komplett neue Fähigkeiten waren, ne? Oh. Ich habe doch alle Köpfe da erobert. Warum können die denn noch auf mich schießen? Alter. Zurück. Tja, dann... ...rechen wir die Panzer nur wieder ab. Abmessung ist ein. Erwartung, Befehle. Garfield, einsatzbereit. Wir haben doch alle Gebäude... ...eingenommen. Wir haben doch alle Gebäude... ...eingenommen. Wir haben doch alle Gebäude... ...eingenommen. ...ein vier Stück erobert. Dann können diese Köpfe doch gar nicht mehr da sein. Wahrscheinlich sind sie das trotzdem. Sie schießen auch einfach nicht. Oh, die Gegner langfahren. Also sind die auch relativ schnell kaputt dann. Müssen wir jetzt wieder... ...Umbau ohne Ende bauen... ... oder dann zerbomben wir da einfach alles. Wenn es anders nicht mehr geht... ...machen wir das halt so. Damit kennen wir uns ja wenigstens aus. Wir können ihm mal sagen, dass er hier... ...das Ding zerstören soll. Jetzt müssen wir ihn angreifen. War schön. Hier kommen schon wieder Luftangriffe. Wir schießen immer nur auf den Sammler. Ja, du könntest den Panzer... ...in Frage apparieren, wenn du das könntest. Das wäre eine ganz, ganz schöne Sache. ...und wir sind unterwegs. Laut gebaut. Ja. Dann warten wir mal. Gucken wir uns mal an, dass da so als Luftunterstützung ankommt. Meine Augen! Die Brille ist nicht! Ja. Ja. Das heißt nichts, ne? Aber der Hund kann da nicht rein, das ist klar. Das Ding könnten wir auch erobern. Das mal machen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Ohne dass da alle bei sterben. Und dann holen wir uns das Gebäude da. Ja, das könnte vielleicht klappen. Wir schießen mit Sicherheit ein, zwei Mal, aber... ...das können wir vielleicht verkraften. Ja, da kommen wir uns aus meinem Panzer. Wir müssen im Moment warten. Das komische Ding hat ernsthaft alle Ingenieure gekillt. Einfach so? Eine Einheit wird angegriffen. Ach, ich hätte dir auch einfach nur das Flugzeug darüber bringen können. Wir haben Spanser bereit. Jawohl. Tausend Team bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. In jeden Fall ziemlich brav. Ach, kann ich das überhaupt? Nein, das kann ich nicht. Warum standen wir dann da die Türme? Unzureichender Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ha, man weiß es nicht. Allzeit bereit. Ja, dann brauche ich auch keine Ingenieure mehr zu bauen. Unterbrochen. Abgebrochen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Ja, ich warte noch, bis zwei noch fertig sind. Die zählen auf uns, Jons. Oh, ne, drei fehlen noch. Unzureichender Mittel. Unser Stützbos hat angegriffen. Das werden wir wohl hinkriegen. Wo ist denn der Präsident eigentlich? Ah, hier. Wir müssen hier noch lang. Ah, der hat ja noch ein Stück vor sich. Wir sind unterwegs. Es fehlen jetzt insgesamt noch zwei Flugzeuge. Wir tun, was getan werden muss. Dann reißen wir das Ding da auseinander. Ich meine, wir haben eben mit drei, mit vier Flugzeugen schon ziemlich viel Schaden angerichtet. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs und unser Befehl. Von daher geht es jetzt los. Ziel wählen. Die frieren wir weg. Hier wird sich nicht getarnt. Ja, ein Flugzeug geht immer sofort kaputt. Das ist okay. Und da ist es voll. Ja, wir haben ziemlich viel verloren dabei, aber... Wir müssen hier, Präsident. Da oben. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Bomber. Dann schalten wir den Präsidenten aus. Das passiert hier, weil hier wird einmarschiert. Hier kommt nochmal ein kleiner Luftangriff. Nein, schnell landen, schnell! Lande doch einfach! Aha! So schwer ist es doch alles hier gar nicht. Aber wenn wir mehr Geld hätten... Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Luftabwehrjets bräuchten wir dafür. Die zählen auf uns, Jungs. Ja, Sir. Wir tun, was getan werden muss. Unzureichende Rettung. Ja, wie soll ich das denn machen? Das schaffe ich nicht. Präsident Ackermann ist entkommen. Mission gescheitert. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Das heißt, wir brauchen irgendwie Luftabwehr. Denks. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Vielen Dank.